Hallo Leute, jetzt kommt... Minecraft, ich weiße Minecraft Berion Und ich würde sagen in dieser Folge oder was ich geblieben habe ist in dieser Folge nicht hier das Wasser weiter zu malen Ach, damit man es hier auch den kann man so meinen Also, das hier will ich nicht weitermachen, sondern diese Wände hier, wie wir hier schon sehen können, will ich die ein bisschen umändern mit so Fenstern dass man da durchgucken kann Genau, das ist so mein Ziel Vielleicht eventuell noch diese Bäume und diese Felder alle ernten und eventuell auch noch weißen Beton machen Aber sonst erstmal nicht So Achso, genau was ich auf jeden Fall auch gemacht habe Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt Das ist mir grad aufgefallen So, jetzt kann ich... Ich habe eigentlich nicht so viel weiter gespielt Ich weiß gar nicht, sind überhaupt noch die Bücher drin? Ja, ein bisschen Auf jeden Fall, was ich so alles gemacht habe ist, eigentlich wird alles hier in diesem Lager Denn, ihr könnt hier mal reingucken Ihr seht hier schon Ich habe hier das wieder mit dem Dingens weggemacht und hier sind die Truhen Moment So So, da bin ich wieder Ich musste kurz was machen So, jetzt ist mein Bild stehen geblieben Einen Moment, Leute So, jetzt müsste mein Bild wieder da sein Ja, also hier seht ihr ja die ganzen Truhen Hier seht ihr schon Beispielsweise, dass sie drin weg sind Ähm... Ich weiß jetzt nicht, ob ich es schon euch zeigen will Ja, aber doch Also, ihr seht ja hier auch diese Kisten Damit habe ich halt, ähm... Ja, wie ihr hier schon sehen könnt etwas gemacht Ich kann hier mal in den Raum reingehen Also, so wird das später tatsächlich alles aussehen So soll dann mein Lager aussehen Hier... Die ganzen Dinge, ähm... Mit diesen Rahmen Ähm... Ihr seht hier noch aktuell keine Rahmen Aber hier sind auch schon Sachen drin Liegt daran, dass ich keine Rahmen mehr habe Also, ich bin ein bisschen arm Deswegen, ähm... Muss ich auch noch ein bisschen auf Lederjagd gehen Ähm... Weil... Man braucht halt Leder dafür Aber das, ähm... Mache ich dann später alles Ähm... Wenn das dann... Okay Wenn natürlich hier erstmal Ähm... Wie man hier auch sehen kann Das wird auch, genau Ähm... Das ist in der Wand Also, das ist nicht so außen So Das hier ist dann auch in der Wand Also, hier kommt praktisch dann noch weißen Beton hin Und, ähm... Hier müssen wir das jetzt erstmal alles tatsächlich rauf Ähm... Machen Das machen wir noch eben kurz Würde ich sagen Ich muss erstmal kurz die ganze Zeit gucken Äh... Wie groß das jetzt ist Ähm... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, drei Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Okay, also hier noch Und hier noch So Hier kommen nämlich diese Fässer rein So Hier kommen nämlich dann die Fässer rein Und dann kommen die hier auch wieder hin Ja, da muss ich kurz ganz gucken Ja, so, genau Dann kommen die hier auch alle drauf So Leute, aber vermutlich mache ich nämlich hier alles ein bisschen so aus Holz Nicht mehr so aus weißem Beton Ähm... Finde ich wahrscheinlich ein bisschen geiler, wenn hier auch so alles ein bisschen aus Holz ist Aktuell mache ich das hier erstmal noch mit weißem Beton Ähm... Es wird aber wahrscheinlich Eventuell sogar tatsächlich in der nächsten Folge von Minecraft Querion schon, ähm... Ähm... In Holz sein Also, ihr seht ja hier auch, dass es ein bisschen noch drauf von der Decke Weil... Will ich halt auch ein bisschen ändern Deswegen habe ich ja auch allgemein hier Ähm... Diese... Pisten weiter runter gemacht Ähm... Da kommt hier nämlich So bei den Grauen Also hier 1, 2, 3 Graue gibt es ja Und da kommt es halt auch nochmal komplett Blöcke hin Ähm... Und ab diesen letzten da Da kommt dann halt Holz Also so ein Holz Das bringt es zum Sinn Ähm... Sieht einfach besser aus Ja, also hier kommt alles aus Holz Vielleicht auch ein bisschen mit Schattierungen Keine Ahnung Hier sieht man auch noch ein bisschen so Dinge Ähm... Hier sind halt erstmal nur Blöcke drin Genau So, genau Ähm... Warum ist das eigentlich immer so schwarz, wenn ich das im Vollbild mache Egal Ähm... Hier könnte ich auch eigentlich tatsächlich schon Dings hin machen Blöcke 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 Oh, Blöcke Nicht mal schreiten, ey Aber vermutlich ändere ich das dann noch hier so Um Das ist hier dann oben so Ähm... Blöcke steht Blöcke Ja, aber ich lasse das auch nicht Blöcke Blöcke So Genau So Und dann kommt hier nämlich auch noch so eine weiße Wand Und eventuell mache ich das dann noch ein bisschen hier weiter Bis es dann wieder sieben sind Und dann geht es halt, ähm... So Weiter Also so viele Dinger hier Kisten braucht man halt nicht Ich hab hier sogar schon Und dann reingepackt Ja Genau So Was wir jetzt heute machen wollen Ist nichts Ist Sondern Ähm... Tatsächlich können wir die Mit dem Voll Achso Ähm... Ja Ich muss mal kurz hier euch suchen Voll Ähm... Auch so einmal Holz Und dann einmal so Holz Und dann voll noch Glas So Und so Und dann Glas So Dann gehe ich jetzt einmal hier auf Ähm... Ähm... Ah, ich war auch immer Bursch Genau Da war ja auch mal was, ne? Auf Ähm... Die Wurschlein müssten sogar hier irgendwo drin sein Die ist aber nicht beschriftet Ne, ne... Wurschlein... Hier, Wurschlein gemacht Und ich gehe hier auch nochmal mit Ähm... So So Nehne ich dir erstmal so Wie bei in den Schunkel aus Ja... Das heißt Ähm... Ähm... Und später... Ähm... Ich hab mir mal wieder gedacht Halt... Ein bisschen wieder, ähm... Ein Hebel Ein bisschen wieder zu machen Ich hätte hier irgendwo... Eine Schere, ja... So... 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 Kann ich das nämlich alles schön weg machen Äh... Da ist mein Holzschweck geschwommen Oh nein... Ach... Ach... Mist... Wie geht das noch? Oh ja... Okay... Okay... Eins... forgive... steig... No... 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 m so leute in die Segel schon dass ich hier das mal ein bisschen weitergemacht nicht wundern dass er das so ein das ist ein Jahr um um auf jeden Fall habe ich bis jetzt um ich mache allerdings die lieben die sind klar aus die hätte ich aber kein Glas mehr mal kurz ob ich noch ein Glas in meinem Lager habe und wenn nicht irgendwie kann ich nicht mehr weitermachen nicht mehr weiter aber es sei scheiße dass hier noch keine ähm Dinger sind weil ich weiß wo jetzt ne 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 man wo ist denn das Glas ey das Glas ist weg ähm Obsidian die ich noch m 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 jetzt die glas ich habe halt nur glas-scheiben kann man die wieder zusammen machen ich will erstmal kurz Nope, geht nicht gut, ähm, dann kann ich das gar nicht mehr weiter okay, das heißt, ich muss auch noch ähm, habe ich meinen Home einkommen? Home, Home wenn ich jetzt reinkomme, dann müsste ich in der Wüste sein und das ist nicht so ja, gut, dann muss ich tatsächlich auch mal in der Wüste sein wenn ich schon mal hier bin, dann habe ich halt jeder schon mal leid fährt, ich muss dich leider krähen und ich weiß nicht wo es gibt, denn natürlich okay also leider bin ich nicht mehr in der Wüste, das heißt Leute das war's tatsächlich schon mit dem Video wenn es euch gefallen hat das gerne einleiten abonnen, kommentar da ähm schaut auch gerne auf meinem Discord-Server vorbei der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt ähm genau ab jetzt auch noch auf den Tag aus der Leute euer Ast tschau 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 tschau